Und wieder mal Transferpolitik. Wir wissen, keine Neuzugänge, dafür Abgänge. Sebastian, wärst du so nett und würdest mal erzählen, was der Sven Missentat zum Thema Neuzugänge zu sagen hatte? In der letzten Woche war das noch, genau. Er hat gesagt, wir haben jede Woche gefühlte Neuzugänge dabei. Nächste Woche sollte dann auch Silas dazustoßen. Das sind Neuzugänge genug. Frage, siehst du das auch so? Weiß ich nicht. Ich hab mir auch darüber Gedanken gemacht. Ist das wirklich, reicht das aus? Was eher so ein bisschen impliziert ist, ein Spieler kehrt aus der Verletzung zurück und ist wie Neuzugang auf einmal da. Und das ist ja nicht so. Wir haben es bei Silas gesehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der noch vier, fünf, sechs Spiele braucht. Dass der vielleicht sogar noch die ganze Rückrunde braucht, um wieder der Silas zu werden, den wir gekannt haben, bevor er sich das Kreuzband gerissen hat. Und natürlich kann auch ein Neuzugang kommen, der dann nicht zündet. Aber gerade ein langzeitverletzter Spieler, der zurückkehrt, der braucht auf jeden Fall noch mehr Zeit. Zu sagen, der ist wieder da und auf einmal performt er wieder. Das finde ich dann eher schwierig bei verletzten Spielen. Deswegen finde ich es mit dem Neuzugang ein bisschen schwierig. Ja, zumal ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Omnikron dann wahrscheinlich auch dafür sorgen wird, dass es in den nächsten Wochen weitere Ausfälle geben sollte. Also das lässt sich nicht verhindern. Schau dir die anderen Ligen an, wo Omnikron schon deutlich präsenter ist, was da so alles wegfällt. Spiele werden abgesagt. Klar, der VfB hat einen großen Kader, aber da wird es wahrscheinlich noch ein paar Fälle geben. Und es wird wahrscheinlich auch noch wirklich ein paar üble Wochen geben für den VfB. Also davon gehe ich einfach fest aus. Ja, das Problem ist halt einfach, ich sehe es nicht so, dass das reine Neuzugänge sind, weil ich bin da komplett bei dir. Das dauert einfach eine Zeit lang, bis die wieder da sind. Was natürlich ein Vorteil ist, dass ich im Training eigentlich die Trainingsqualität steigern sollte, wäre da nicht das Problem, dass du einfach fast zu viele Spiele hast. Also ich finde, damit sich dann wirklich am Training nochmal deutlich was verbessert, braucht es auch Abgänge. Und wenn der VfB nur irgendwie die Möglichkeit hätte, sich dann vielleicht auch noch in Sachen Backup-Stürmer oder Offensive 8, 10, wie auch immer, nur einen Hauch zu verbessern, hätte ich nichts dagegen. Aber Thema Finanzen, es wird nicht anders möglich sein. Missentat hat noch mehr erzählt, Sebastian. Ich würde dich wieder bitten, kurz zu erklären, was Missentat sonst noch zum Besten gegeben hat. Er hat gesagt, es ist sicherlich so, dass es drei, vier Spieler gibt, die sich in Gesprächen befinden. Es kann passieren, dass der ein oder andere rausgeht, auf Laie oder auch permanent. Hier geht es natürlich jetzt um die Abgänge. Das ist das, was ich gerade eben schon meinte. Eigentlich muss der VfB darum bemüht sein, Spiele abzugeben. Und vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz ein paar Namen durchgehen. Aber eine, 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 oh Gott, normal würde ich jetzt schneiden. Eine Wortmeldung hat zwei Missentat noch, Sebastian. Genau, er sagte, gerade dieser Klub hat die Erfahrung gemacht, dass man mit sehr viel Geld und einem Invest in sehr viel ältere Spieler das Gleiche hatte. Abstiegskampf. Das wird uns so nicht mehr passieren. Selbst wenn wir abstiegen, wären wir in einer ganz anderen Wirtschaftensituation als damals. Wir wären vorbereitet. Vorbereitet ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich diese Zitate nicht so vorbereitet, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn ich habe sie nicht ganz in diese Richtung geschoben, wie es eigentlich sein sollte. Deswegen jetzt alles ein bisschen konfus. Jetzt bringen wir das alles so ein bisschen zusammen. Also das letzte Zitat, das du vorgelesen hast, das würde ich eigentlich mit einbringen, weil es halt ganz wichtig ist. Sven Missentat hat verraten, dass sich bei einigen Spielern die Gehälter von 40 bis hin zu 50 Prozent reduzieren, sollte der VfB absteigen. Diese Reduzierung gab es beim letzten Abstieg nur bei ein, zwei Spielern, aber bei wenigen. Das hat sich der VfB praktisch in die Verträge schreiben lassen mit den Spielern. Das heißt, da ist der VfB einfach schon mal in einer besseren finanziellen Situation. Der Abstieg ist nicht gleichbedeutend mit Zahlungsunfähigkeit, beziehungsweise kannst du ja auch Spieler verkaufen. Das darf man nicht vergessen. Aber da ist der VfB ein Stück weit besser aufgestellt. Was auch wichtig ist, sollte der VfB absteigen, gilt Materazzos Vertrag weiter. Also auch für die zweite Liga. Das heißt, es müsste dann darüber verhandelt werden, sollte er für sich entscheiden. Hier geht es nicht weiter. Ja, ob man ihn dann ziehen lässt. Vielleicht gibt es Interessenten anderer Vereine. Man könnte vielleicht eine Ablöse kassieren. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das gerade dann geregelt wäre im Falle eines Abstiegs. Aber diese Passage habe ich mit reingenommen, weil sie wirklich wichtig ist, weil sie verdeutlicht, dass Sven Wissens auch da gute Arbeit geleistet hat und praktisch so gut wie es geht für einen möglichen Abstieg vorgesorgt hat. So, das war der eine Punkt. Jetzt kommen wir zu diesen drei, vier Spielern, die sich in aktuellen Gesprächen befinden. Los geht es mit Hamadi Al-Ghadoui, der wurde ja freigestellt letzte Woche. Da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Der ist zu Gesprächen nach Zypern gereist. War dort auf der Liste oder auf dem Zettel von Apollon Limassol, Tabellentritter in Zypern. Die, Sebastian, du weißt es, weil wir haben es im Fanradio mal recherchiert, von wem trainiert werden? Alexander Zorniger. So ist es. Und ja, da ist die Connection wieder da. Guckt man einfach mal, was hat der VfB so zu bieten und warum nicht den Al-Ghadoui holen. Jetzt habe ich aber gesehen, der war heute wieder ganz frisch und frei beim Training dabei. Also er ist nicht gleich auf Zypern geblieben, auf jeden Fall. Ja, und ich habe auch gehört, ich kann es dir auch sagen, dass es da zwar Interesse gibt, aber es steht nicht kurz vor einer Einigung. Was nicht heißt, dass es nicht dann morgen doch zu einer Einigung kommen könnte. Aber müssen wir mal abwarten. Ich sage es mal so. Ein weiterer Leihkandidat, das fand ich auch sehr interessant, ist wohl Matteo Klimowitz. Also es ist für mich nicht überraschend, weil es würde für mich Sinn machen, ihn nochmal zu verleihen. Und auch hier würde ich dich kurz bitten, ich habe gerade geschaut, diesmal stimmt das Zitat, kurz vorzulesen, was Vermissenthal zu einer möglichen Leihe von Matteo Klimowitz zu sagen hat. Genau, er sagt, Teto hat Qualität, aber Chris Führig und Oma Mamouche sind ähnliche Typen wie er. Wenn Oma vom Afrika Cup zurückkommt, darf man über Luftveränderung bei Teto nachdenken. Über eine schlaue Leihe könnte man diskutieren, aber aktuell sehe ich die nicht. Ja, also es gibt offensichtlich noch nicht die richtigen Anfragen, aber was sagst du generell dazu? Wäre das für dich eine Idee? Na, wenn es eine schlaue Leihe ist auf jeden Fall. Was ist denn eine schlaue Leihe? Eine dumme Leihe würde ich nicht machen, aber eine schlaue Leihe würde ich machen. Naja, ich denke mit schlau meint er, dass Klimowitz zu einem Verein wechseln könnte auf Leihbasis, der auf einem guten Niveau spielt, wo er Spielzeit bekommt und wo er sich weiterentwickeln kann. Wo man dann auch sehen kann, geht es mit ihm beim VfB weiter oder geht es mit ihm beim VfB nicht weiter. Aber der Verein hat offensichtlich noch nicht angefragt. Und es klingt ja auch eher so, als ob man das vom VfB eher so ein bisschen initiieren würde und nicht, dass da irgendwie ganz viele Anfragen vorliegen, ob man ihn ausleihen kann. Hamburg könnte ich mir vorstellen zum Beispiel. Also Zweitligist, ambitioniert. Bremen vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob die Bedarf haben. Kein Geld. Ja gut. Der HSV hat zwar nicht viel mehr, aber auch nicht so wenig wie Bremen. Aber sowas könnte ich mir vorstellen. Nochmal Zweite Liga, schon auch Aufstiegskampf. Und dann ist halt die Frage, ist die Qualität gut genug für Klimowitz in der Zweiten Liga? Es ist halt ein komplett anderer Fußball. Wir wissen es ja, wir haben es ja miterlebt. Das ist halt so ein Fußball wie den, den wir jetzt gegen Fürth gesehen haben. Und das liegt eigentlich in Matteo Klimowitz nicht so sehr. Nee, vielleicht müsste der dann eher nach... Der bräuchte vielleicht irgendwie so eine Liga, ich weiß nicht, Holland. Ja, Holland, Schweiz, Österreich, Zypern. Irgendwie sowas halt. Also ja, interessant aber, dass man sich da sozusagen öffnet und das auch offen kommuniziert. Das zeigt ja schon deutlich an, wo die Reise hingehen soll. Nämlich, hey, meldet euch. Falls ihr Interesse habt, meldet euch, weil das klang ja auch lange Zeit anders, ne? Also da wurde ja gar kein, wollen wir über jeden Zweifel erhaben, dass der es beim VfB packt und durchstartet. Das klingt jetzt nicht mehr ganz so. Die anderen Kandidaten, über die haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, aber nur nochmal der Vollständigkeit halber. Natürlich mag Oliver Kempf, wenn der einen Verein findet, der jetzt bereit wäre, eine geringe Ablöse zu bezahlen, ist einer der Kandidaten, die gehen könnten. Bei Philipp Klement weiß man auch, dass da versucht wird, irgendwas anzuleiern, Laie, Verkauf, was auch immer, Hauptsache weg. Momo Cissé ist weiterhin ein Leihkandidat für Frankreich und Belgien, aber offensichtlich gibt es auch da keine Interessenten. Bei Tommy mit dieser Geschichte, die er jetzt auch hatte, ewig lang nicht gespielt. Ja, schwierig. Also da wird es auch echt schwer, für den irgendwie was Passendes zu finden. Und vor allem wird Eric Tommy einen Teufel tun und seinen guten Vertrag, den er noch bis zum Juni hier beim VfB, ich sag jetzt nicht aussitzen kann. Aber den er einfach hat, ja, jetzt zu opfern und dann für deutlich weniger irgendwo zu unterschreiben. Clinton Mohler, haben wir gesagt, ist ein Laie-Kandidat. Pascal Stenzel würde ich aus dieser Liste inzwischen rausnehmen. Ja. Ja, viel lobende Worte bekommen von Sven Mistenthal. Ist immer da, wenn man ihn braucht und hat auch einfach bewiesen, gegen eher schwächere Gegner steht ja sein Mann. Also da bist du froh, dass du so ein Backup hast, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Interessant war noch, dass komplett ausgeschlossen wurde, dass Lian Egloff, Naui Ahamada oder Enzo Mio verliehen werden. Auch da hat sich Mistenthal zu geäußert, Sebastian. Er sagte, die drei werden mit Sicherheit hier bleiben. Sie sollen in die Spielzeit von Gonzalo Castro hereinwachsen. In der Hinrunde fielen sie verletzt aus, jetzt sind sie auf unterschiedlich guten Wegen. Ja, so kann man es sagen. Auch hier bringt es der Mistenthal wieder auf den Punkt, aber trotzdem.